Musik Willkommen zurück Leute bei Golden Sun 2 Ähm, ich bin schon mal ein bisschen vorgegangen Wir wollen ja schließlich zu dem Drachen Äh, ups Ähm Und dahinten sind wir jetzt auf dem Weg Ob es da noch irgendein Geheimnis gibt So Wenn wir das haben Willst du wissen, heute früh war das voll komisch Da war das Mikrofon voll leise Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen lauter ist Aber wenn nicht, muss ich halt so am Ton auch was einstellen Voll komisch Die ersten Mal ist es nämlich nicht so Ich hoffe, ich muss nicht nochmal gegen den Drachen kämpfen Das würde ich ganz schön blöd finden Können wir ihn jetzt überhaupt besiegen Ja So Der meinte, er hat was für mich hier versteckt, was? Ich schätze mal Dass das hier drüben irgendwo ist Hä, der hat doch gesagt Irgendwas mit der Schlange Und unter deren Schwanz Mit ihr Hä, das hat er doch gesagt, oder? Er hat uns was hinterlassen Das ist aber komisch Was ist das Das ist das Was ist das Ich würde mich Hä? Hä? Äh. Äh. Şare. Äh. 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 Kann sie auch eigentlich die Geiste von Tieren lesen? Der hat hier nichts! So ein Schmarrn! Äh, sorry, aber ich musste gerade mit meiner Katze kämpfen. Oh Gott! Hinter dem Stein! Wirklich! Äh, oh! Mizi, nein! Frage, hätte ich die auch schon vorher holen können? Ohne dass der Typ was gesagt hat. Das wäre doch mal interessant rauszufinden, oder? Äh. 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 Da bist du dich auf meinen Schoß legen, kleiner Schmusi. Da bist du dich auf meinen Schoß legen, kleiner Schmusi. Ich glaube, wenn du dich andersrum hinlegst, dann fällst du nicht so leicht raus. Denn welche Richtung soll ich jetzt reisen? Und welche Richtung soll ich jetzt reisen? Die waren doch nicht so stark, oder? Ah, Mietz. Ja, so ist besser. Genau. Leg dich so hin. Das ist perfekt. Und hör auf mich abzuschlecken. Du weißt genau, ich mag das nicht. Mietzi! Guck nicht immer so unschuldig. Pow, pow, pow. Chen hat einfach noch gar keinen Schaden genommen. Tja. Oh, cool. Da ist der Hafen. Oh mein Gott. Du bist ja niedlich. Irgendwo ist schon eine Lücke. Irgendwo wird eine sein. Wassergeist. Wassergeist. Eins. Oh, ich dachte ihr ist... Okay. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier richtig sind. Und... Vor allem richtig. Wo muss ich überhaupt hin? Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Wölfling. Habe ich mir nicht gesagt, dass es nicht gerade so nett ist, einen einfach anzugreifen? Isla Pretiosa. Hier kann ich die Eingänge zumachen. Warum sollte ich das machen? Eine davon ist eine Mimik, stimmt's? Die Frage ist nur, welche davon? Das wollte ich nicht. Sorry. Soll ich es wagen? Es war keine Mimik. Wow. Hä? Warum ist die Truhe leer? Weich nicht aus! Dafür kriegst du einen Gefrierbrand. Und ein Säurebad. Acht? Pepe? Wie gemein. Banshee. Komische Höhle, wenn ihr mich fragen würdet. Was? Die bleiben groß? Was? Was? Die sind Pape? Nein. Ich schlauere liczende Typen. Was ist das eigentlich? Ich will, dass es geht. Normal geht doch sonst auch immer alles, wenn man wieder rausgeht. Oh man, wie heißt diese Insel? Isla Preciosa. Ist hier vielleicht ein Jinn? Nein, nur Klauenläufer. Na hallo Mizi. Beim nächsten Dorf werde ich ein bisschen trainieren. So, dann gucken wir mal schnell, ob das jetzt wieder normal ist. Die Isla Preciosa. Ja. Hä? Nein, das wollte ich nicht. Ist hier die Turen wirklich leer? Ich will dieses hier nicht aktivieren. Wenn ich das aktiviere, fahren die wieder hoch. So schnell kann man nicht reagieren. Warum kann ich das mit Hammer nicht wieder runterhauen? Bumm. Blöde Höhle. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich bin da auf der falschen Insel scheinbar. Ich bedenke mich bei euch fürs Zusehen. Vielleicht gibt's ja... Ich hab grad ne Idee. Wartet mal. Da gibt's bestimmt in irgendeinem Gang ne geheime Tür. Ja, ja, ihr werdet schon diesen... Ich weiß nicht. Ich treffe einfach mal an. Und schau, wie die viele die aushalten. Ah, es tut ihm weh. Yo. Natürlich ist Cosma tot. Ich bin da. Wtf, Alter. Hier. Pau! Kannst du noch irgendwas cooles? Was? 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 Toll, Cosma ist tot. Hm. Ja, ich weiß, ich sag schon seit einer halben Stunde. Ich bin jetzt im Park. Was? Ja, wie jetzt? Schieb den! Wieso kann ich den nicht mit Synergie verschieben? Die Höhle wird immer seltsamer. Ich geh. Tja, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! 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 Tschüss!